Hallo, mein Name ist Rainer und das ist mein Video-Log über die heurige Microsoft-Matter-Konferenz. Im Moment stehen wir da am Flughafen in Frankfurt und machen wir auch den Weg zu den Grenzkontrollen. Wird sicherer Zeit dauern. Okay, zwölf Stunden später, Flughafen in Dänder angekommen. Kaum anstellen müssen, eigentlich alles wunderbar. Gut geschlossen, war ein angenehmer Flug, jetzt geht's ab ins Hotel. Untertitelung des ZDF, 2020